Was tut sich im deutschen Film? Denn heute hier bei uns ist eine der wunderbarsten Drehbuchautorinnen unseres Landes. Bitte begrüßen Sie Laila Stieler bei uns. Herzlich Willkommen. Ja, liebe Laila. Vielen Dank. Nee, wir haben zu danken, weil es ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Für dich ist gerade richtig, richtig viel zu tun. Am Freitag steht der Deutsche Filmpreis bevor. Du bist nominiert natürlich wieder für diesen Film. Ist da viel zu tun? Was macht man da so in der Vorbereitung? Man ist total aufgeregt, kann nicht schlafen und gibt das ein oder andere Interview. Letztes Wochenende gab es ein Lola Festival, das im Fokus Drehbuch stand. Da wurden also aus den drei nominierten Drehbüchern Szenen gelesen. War sehr interessant, war für mich auch überraschend. Also nicht von dir, sondern von Schauspielern? Ja, ich hätte es also zur Not auch gemacht, aber es ist natürlich wirklich viel schöner, wenn die Darsteller und in unserem Fall halt Meltem Kapp dann unsere Hauptdarstellerin gelesen, ja. Also so mit den Dingen vertrabe ich mir so die Zeit. Wir drücken dir da sehr die Daumen, weil das ist natürlich ein großes Anliegen von uns, so wunderbare Filme dann auch, wenn sie dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommen als ohnehin. Ich sage auch mal danke, auch vom Verleih ist heute Sanne Markgraf da, die den Film ans Tageslicht gebracht hat. Ich finde es auch mal einen Applaus wert, solche tollen Filme immer ins Kino zu bringen. Vielen Dank. Schön, dass du es erwähnst. Ich sage auch nochmal, wie mutig das in diesen Zeiten ist, einen Film ins Kino zu bringen. Das ist wahnsinnig mutig und bitte sagen Sie es weiter, gehen Sie ins Kino, gehen Sie bitte ins Kino. Unbedingt, das machen wir, aber wir reden erstmal noch ein bisschen kurz. Es fing an mit der Berlinale, das war die Premiere, ich durfte dabei sein, das war Gänsehaut pur, darüber werden wir nachher viel erfahren, aber dann gab es natürlich auch diese tolle Auszeichnung, Silberner Bär, das beste Drehbuch, das ist schon, da dachte ich so, wow, jawohl, genau die richtige, endlich. Wie hast du es wahrgenommen damals? Ich bin heute noch sprachlos. Nein, das war von Anfang bis Ende sozusagen eine große Überraschung und ein großes Glück für uns alle. Und für mich dann tatsächlich im Besonderen, weil ich auf diese Bühne gehen durfte am Ende, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich bis zum Veranstaltungsbeginn nicht mehr wusste, dass es einen Drehbuchpreis gibt überhaupt. Super. Nee, und ich hoffe natürlich, dass es auch noch dir Wege öffnet in alle vielfältigen Formen, die du vielleicht sonst bisher noch nicht so beschreiten konntest, das wäre natürlich richtig toll. Ich bin so zufrieden, ja, ich bin gespannt, vielleicht gibt es noch, es gibt ja immer irgendwas Neues zu entdecken und mir ist hier schon so viel begegnet, es ist gar nicht so, dass ich das so alles auf dem Plan habe, aber es kommt des Weges, ja. Was Neues entdecken, da würde ich vielleicht sagen, jetzt entdecken wir nochmal was eher Altes, denn du hast ja eine sehr, sehr lange Vergangenheit mit Andreas Dresen, deinem, ich kann mal so schon sagen, Stammregisseur, ihr kennt euch von Uni-Zeiten damals noch vor Wende, richtig spannend. Und du hast, als ich sagte, es gibt einen Vorfilm, gesagt, wir müssen was von euch beiden zeigen, aus der Zeit damals. Was jeder muss, ja. Was jeder muss. So heißt der Film, Was jeder muss. Ja, wir kennen uns seit 1984, das ist jetzt, das sind jetzt, weiß ich nicht, 40 Jahre, stimmt das? Habe ich richtig gerechnet? Ja, okay. Und Was jeder muss, also den habe ich mir gewünscht, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, der Film ist aus dem zweiten Studienjahr, von Beginn des zweiten Studienjahres. Ja, ich sage vielleicht mal zur Einführung, wir haben, es gab an der HFF in Babelsberg, wurden anfangs in der Regie eher Dokumentarfilmübungen gemacht. Andreas Dresen hatte mich schon im ersten Studienjahr gefragt, ob wir zusammenarbeiten an diesen Übungen, also eher als Regisseur, ich dann als Dramaturgin, Autorin. Und er hatte die Idee, einen Film über jemanden zu machen, der zur Armee muss. Es war die Zeit der, also Gorbatschow kam auf, es war die Zeit der Abrüstung und er wollte was Politisches machen und etwas, was auch die Absurdität dieser Zeit irgendwie zeigte. Also jemanden, der zur Armee muss und um das Ganze absurder zu machen, entschieden wir uns dann. Ein Film über ein junges Paar zu machen. Und Begleiterscheinung dieses Films war, dass wir Anfang des zweiten Studienjahres, also Andi Dresen, in ein Reservistenlager musste. Und ich selber musste auch in so eine Art Zivilverteidigungscamp, wo ich sechs Wochen war, wo wir, also alles mögliche, wo wir tatsächlich auch marschiert sind und irgendwie Gasmasken aufsetzen und über Eskaladierwände springen mussten. Und die Männer hatten sozusagen getrennt von uns eine knallharte militärische Ausbildung nochmal. Und von unseren beiden Lagern, das eine lag im Norden und unseres lag im Süden, schrieben wir uns wütende Briefe, Andi Dresen und ich und konzipierten unseren Film. Und der ist jetzt frisch digital restauriert worden von der Filmuniversität Babelsberg, den werden wir jetzt auch in der Fassung sehen. Für einen Kurzfilm, 20 Minuten sei gesagt, aber es lohnt sich wirklich. Das Mareins schon, weil du hast es gerade schon erwähnt, im Grunde ist das aktueller denn je ja leider. Und dann direkt im Anschluss geht es weiter mit Rabir Kurnas gegen George W. Bush. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie danach sitzen, denn es wird, wie es immer bei Was tut sich im deutschen Film der Fall ist, es ist eine Kooperation mit EPD Film Deutschlands für in der Fachzeitschrift, die hier in Frankfurt sitzen. Und Ulrich Sonnenschein wird nachher dann mit dir hier das Gespräch führen. Wir haben richtig viel Zeit, auch Sie können dann Fragen stellen und ich kann nur sagen, ja, ich freue mich riesig, dass du extra nach Frankfurt gekommen bist in dieser anstrengenden Woche und ja, willst du noch einen Film ab in die Runde werfen? Ja, viel Spaß. Dankeschön, bis nachher. Leila Stieler, vielen Dank. Ich hoffe, Sie halten noch ein wenig aus, es ist spät geworden. Ich bin ganz besonders froh, nach all den Jahren, die wir hier uns schon treffen, zu Was tut sich im deutschen Film, endlich einmal eine Drehbuchautorin zu Gast zu haben. Für mich ist das tatsächlich das erste Mal, es mag sein, dass es schon mal jemanden gegeben hat. Natürlich gibt es schreibende Regisseure, aber jemand, der sich nur auf das Film schreiben und nicht auf das Inszenieren verlegt, das finde ich ganz toll heute Abend. Ich würde trotzdem gerne, bevor wir auf diesen tollen Film zu sprechen kommen, zwei, drei Sachen fragen zu dem Vorfilm, den wir gesehen haben, dem Kurzfilm, Frühwerk von Andreas Dresen und dir, damals noch unter deinem Mädchennamen. Der Film ist 1988 gemacht worden oder erschienen, damals wahrscheinlich keinen Kinoverleih gehabt in der DDR. Wie ist er rezipiert worden? Kurz vor der Wende, von der keiner was ahnte zu dem Zeitpunkt. Also ich hole ein bisschen weiter aus, wir waren, ich bin, habe 86 studiert in Babelsberg, da war 86 im ersten Studienjahr, Andi auch, wir waren im gleichen Studienjahr und 87 ist der Film dann entstanden, 88 dann rausgekommen und ich sagte schon im zweiten Studienjahr, also das war unser zweites Studienjahr und im ersten Studienjahr kam Lothar Biski zu uns an die Schule und wurde unser Rektor und unter seinen Fittichen entstanden etliche, auch besondere Filme, weil er uns wirklich unterstützt hat und immer gesagt hat, also wie so ein großer Papa immer gesagt hat, macht mal, macht mal erstmal, den Rest sehen wir dann später. Und der Film ist, also mit diesem Film zusammen sind auch, glaube ich, eine Handvoll anderer Filme entstanden, die auch sehr kritisch mit DDR-Wirklichkeit umgingen, also Kurzfilme etwa so 20 Minuten dieses Studienjahres. Und die Uraufführung erlebten diese Filme in Neubrandenburg auf dem nationalen Filmfestival damals in der DDR. Lustigerweise war mein Vater, mein Stiefvater, der auch Regisseur ist, dort gerade Präsident zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie komisches Zusammentreffen. Und ich war nicht dabei, weil ich habe, das war 88 Jahre, ich stand kurz vor der Entbindung meiner Tochter, also ich habe mir das nur erzählen lassen, dass es eine sehr, sehr, sehr lebhafte und kontroverse Diskussion gab auf dem Festival. Dann wurde der Film nochmal in Leipzig gezeigt, da war ich dabei, da ging es ähnlich. Und dann gab es viele, wir hatten so Studentenclubs, wo also unsere Filme liefen. Das war nicht sozusagen offiziell in einem Filmverleih, da gab es ja auch nicht so viel in der DDR. Aber es gab Vorfilme immer noch vor Kinos, aber da liefen wir nicht, also unsere Filme liefen meist kompakt in Clubs eben. Wenn man das jetzt heute sieht, dann denkt man, naja, ist ja ganz nett, ist ja ganz harmlos und wird ja gar nichts Böses gesagt. Das war in der DDR-Realität durchaus anders. Ja, das ist tatsächlich der einzige Film von uns, der dann irgendwann im Giftschrank gelandet ist und nicht mehr aufgeführt werden durfte, weil die Armee eben in der DDR so eine heilige Kuh war, nicht? Also da durfte man im Grunde nicht dran kratzen. Also der Film ist entstanden, es ist sogar mit dem Wehrbeauftragten unserer Hochschule, der am Ende auch in besonderem Dank genannt wurde, der hat uns da vermittelt und hat das unterstützt. Ja, aber sagen wir mal, kritische Fragen überhaupt zur Existenz der Armee zu stellen, das war irgendwie, ja. Und da geht ja schon sehr, sehr weit. Ich finde es ganz interessant, wenn man dann spätere Dokumentarfilme von Andreas Dresen sieht, Herr Wichmann von der CDU, da findet sich der Stil in diesem frühen Werk auch schon. Also dieses einem sehr nahe kommen, persönliche Fragen stellen, insistieren, dranbleiben, aushalten, wenn jemand auch mal was nicht sagt. Wie ist man da als Drehbuchautorin gefragt? Ich denke, die meisten Leute meinen einen Dokumentarfilmer, der hat eine Kamera auf der Schulter und guckt mal, was er so einfängt. Ja, tatsächlich haben wir zu dem Film, also wie zu vielen anderen Dokumentarfilmen auch, ein Drehbuch geschrieben. Wir hatten ein paar Optionen und sind dann aber schnell auf dieses Paar gekommen, was wir filmen wollten. Und haben sozusagen so Fragen, mögliche Antworten aufgeschrieben und diese Parallelmontage zwischen den beiden war im Grunde angelegt. Auch die Weihnachtsfeier in der Armee, an die Dresen selber bei der Armee gewesen, wusste, wie solche Weihnachtsfeiern ablaufen und er hat dann in den sauren Apfel gebissen und seinen Weihnachten bei der Armee verbracht zu dem Zeitpunkt. Und ja, es ist, also man kann natürlich nicht genau vorhersagen, was erwartet einen, was werden die sagen, wann werden die schweigen und so weiter. Aber das, also es war relativ klar, dass das Fragen so ein bisschen was provoziert, ja, so, also dass wir uns auch bewusst keinen jetzt Intellektuellen gesucht haben, der da irgendwie irrsinnig reflektiert hätte darauf antworten können, ja, sondern einen, der das, und das finde ich auch immer noch so charmant wie auch quälend, ja, wenn ich das sehe, der sich windet, ja, so, und dann aber auch so patzig ist zum Teil, ja, man sagt, nee, das glaube ich nicht, dass die uns hier freilassen wollen aus der Armee, denn dann werden die ja arbeitslos, die blöden Offiziere, ja, so, also sich dann auch wehrt und, und aber mit diesem, was jeder muss, naja, muss doch jeder, also da glaube ich ja nicht dran, dass es irgendwann keine Armeen mehr gibt und diese hier schon gar nicht und ich meine, Gott, ja, er hat Recht behalten. Da habe ich mich übrigens gefragt, was zuerst da war, der Titel oder der Satz von der Frau muss doch jeder? Der, äh, der Satz von ihr, der Titel ist später gekommen. Das passt halt wunderbar. Also ich finde auch toller Film, danke, dass ihr den nochmal ausgegraben habt, fehlte mir noch in meiner Reihe von Andreas Dresen Filme. Kommen wir zu diesem sehr bewegenden Film, gerade jetzt am Schluss sehr bewegenden Film. Was war da die besondere Herausforderung an dich als Drehbuchautorin? Also, ähm, das klingt vielleicht blöd, aber also zwei Dinge, die miteinander zusammenhängen, ja, also drei eigentlich. Zum einen der lange Zeitraum, also der, also den Zeitraum von fünf Jahren zu erzählen. Ähm, ähm, in diesem Zeitraum sozusagen, ähm, äh, ist die große Herausforderung das Warten, ja. Also wie, wie erzählt man Warten so, dass es nicht, äh, total langweilig ist. Ähm, ähm, und, äh, äh, und ja tatsächlich die, äh, die juristischen, ähm, Hintergründe so erzählen, dass das nicht so als, ähm, erklärbär Dialoge, äh, die ganze Zeit dann durchläuft, ja. Ähm, ähm, also, ähm, also das zu erzählen, ohne es vordergründig werden zu lassen, jetzt mal, äh, ins Reine formuliert. Also ich hab gedacht, was kann wohl die Schwierigkeit sein? Ich versuche immer diese Fragen, die ich hier stelle, mir auch mal selbst zu beantworten. Und hab gedacht, naja, die Wirklichkeit steht einem ständig im Weg, wenn man irgendwie so Handlung entwickelt. Oder ist es gar nicht schwierig gewesen? Naja und nein, also das, ähm, aber das war jetzt, äh, in dem Sinne komischerweise nicht mehr so eine Herausforderung, äh, nicht mehr so eine ganz große, weil, ähm, ich das, äh, also so ein bisschen jetzt doch trainiert habe, äh, ähm, Filme zu erzählen über Geschichten, über Personen, die, äh, tatsächlich existiert haben. Und, äh, und wenn du also nach wahren Begebenheiten und, äh, und, äh, lebenden Menschen, äh, Geschichten schreibst, dann ist die Wirklichkeit immer irgendwie, ähm, dein Freund und dein Feind. Also, dann ist, du findest dort Begebenheiten, die du nicht erfinden könntest, ja. Ja, und, äh, sie steht dir ständig im Wege, äh, wenn du, äh, wenn du über eine, ähm, sagen wir mal normale Dramaturgie nachdenkst, ja. Ähm, 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 äh, und, äh, und, äh, und dass, äh, das sozusagen, äh, vor Augen habend, äh, äh, also, da, 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 da war ich sozusagen drauf vorbereitet, das war jetzt, das stand mir dann nicht mehr so komplett im Weg zum Mal, ähm, äh, ähm, äh, es ja einen Anfang und ein Ende gibt der Geschichte, nicht? Also dazu noch eben ein fast Happy End. Nee, das war nicht die größte Schwierigkeit. Weil die, also Gundermann war tot, als du den Film geschrieben hast. Hier leben alle Figuren noch und zumindest, selbst wenn du sie nicht konsultierst im Rahmen deines Projekts, hast du immer diese Gefahr, dass sie am Ende in dem Film sitzen und sagen, was für ein Unsinn, so bin ich gar nicht. Ja, also ich meine, bei Gundermann muss man sagen, natürlich gab es ja auch seine Witwe noch. Also und das hätte mir und seine Tochter, das hätte mir genauso passieren können. Also ja, hier gibt es so, sagen wir mal, also strukturell auch kulturelle Unsicherheiten, dass ich nicht wusste, so eine Rabie, was findet die, was darf man über sie erzählen und was nicht. Und also im Unterschied zu Conny Gundermann hat sie nicht permanent auf einer Bühne gestanden. Also sie war sozusagen mit diesen Prozessen nicht vertraut. Und ich weiß nicht, er hat, also ich hatte schon etwa drei Jahre mit ihr recherchiert und dann war ich mal mit ihr und ihrem Sohn zusammen in einer Shisha-Bar und ihr Sohn fragte mich dann irgendwann so sehr beherzt, ja, was, sag mal, was wird denn das eigentlich, was du da schreibst, ja, so. Und ich sagte, na, das wird ein Spielfilm. Da kennt ihr ja schon, über Murat ist ja auch schon ein Spielfilm entstanden und das wird dann diesmal ein Spielfilm über deine Mutter. Und Rabie sah mich groß an und sagte, ach, Spielfilm, da müssen wir uns ja schick anziehen. Wie hast du dich mit den realen Figuren auseinandergesetzt? Wie oft hast du Bernhard Docke getroffen? Wie oft oder wie detailliert bist du mit Rabie Kurnas die Geschichte durchgegangen? Was hast du von ihr dir erzählen lassen? Oder warst du da eher vorsichtig, weil das doch dein Projekt ist und nicht deren? Also von wegen schick anziehen. Also ich habe mich wirklich oft getroffen, mit beiden oft, ja. Gar nicht mit einem öfter, sondern das war relativ ausgeglichen. Und ich habe mit beiden unterschiedlich kommuniziert. Also mit Bernhard, Bernhard hat tatsächlich die Drehbücher gelesen, die Drehbuchfassung und hat auch Korrekturen gemacht oder beziehungsweise hat Dinge angemerkt, die ich dann verändert habe. Den habe ich also immer wieder konsultiert in dem Sinne, wenn es auch um so Sach- und Fachfragen ging. Und bei Rabie war das eher wie so eine Lebensbegleitung irgendwann, ja, so, also, ich weiß nicht, wir haben uns dann gegenseitig so kleine Geschenke gemacht. Das letzte Geschenk, was sie mir gemacht hat, war Pflaster für meinen malträtierten Rücken. Also solche Sachen, ja, wir haben uns über unsere Kinder unterhalten. Das war dann, da war dann, also ich sage mal so, wir sind uns nahe gekommen, ja, ob das jetzt ein Leben lang bleibt, das weiß ich, ich werde sie natürlich nie vergessen, das ist wahr, ja. Aber ob wir uns nun noch ständig weiter besuchen, das wird dann die Zeit zeigen, ja. Im Moment kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, aber manchmal entfernt man sich dann doch wieder voneinander. Aber es war schon so, dass wir uns öfter angerufen haben und dass sie, dann war sie irgendwann krank, musste nach Berlin, hatte irgendwie Arzttermine, da habe ich sie hingebracht, habe sie abgeholt. Dann sind wir irgendwie zusammen mal, was weiß ich, in den Tierpark gegangen, solche Sachen, ja, so. Sie ist ja durch und durch sympathisch, aber an vielen Stellen eben, würde man sagen, vorsichtig, unfreiwillig komisch, manchmal auch peinlich komisch. Wie hat sie auf dieses Spiegelbild reagiert? Na ja, also ich glaube, also sie, sie selber ist sehr humorvoll und sie, also sie macht oft auch so Scherze, die auf eigene Kosten gehen, ja. So, das ist, und da weiß man immer nicht, ist das, ist ihr das jetzt bewusst oder nicht, es ist ihr bewusster, als man denkt, ja, und das hat zum einen was mit ihrem Naturell zu tun, glaube ich, ja, sie ist halt wirklich auch irrsinnig selbstbewusst, ja, und zum anderen ist das so eine Überlebensstrategie, so, und dann ist sie, glaube ich, auch grundsätzlich ein bisschen verrückt, ja, so. Und, 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 und das, und, und das, das hilft, das, ja, und dass diese, diese Portion Wahnsinn, also so, also durchkommt, ja, so, dass man die vielleicht auch noch erkennen kann, das hat ihr gut gefallen, ja. Ah, okay. Melton Kaptharn war ja ein Glücksgriff für diese Rolle, dennoch musstest du ihr sie auf den Leib schreiben, oder war das tatsächlich andersrum? Hast du erst die Figur beschrieben und dann habt ihr Melton Kaptharn gefunden, wie war das, habt ihr das zusammen gemacht? So, also das Buch, das Drehbuch stand und dann ist gecastet worden, so, also so kenne ich es eigentlich auch. Ich meine, es gibt schon Schauspieler oder Schauspielerinnen, denen ich Rollen auf den Leib geschrieben habe, aber nicht viele, das ist, da passt nicht alles, das muss auch inspirieren, das kann auch nach hinten losgehen, und dann hast du irgendwem was auf den Leib geschrieben, der hat ja keine Zeit, war gerade Theaterverpflichtung, also das ist irgendwie, also das ist ein heißes Eisen, ja. Nee, ich habe das, also das, das Drehbuch stand, sie hat es gelesen, hat sich das, und hat sich das zu eigen gemacht, hat sich das sozusagen gegriffen, so wie ich mir auch die Figur gegriffen habe und ich war beim Casting nicht dabei, ich gehöre da eigentlich auch nicht hin, finde ich. Wir arbeiten ja nicht umsonst arbeitsteilig. Ich habe mir das angeguckt, so machen wir das auch eigentlich immer, Andi Dresen und ich, dass er castet, dann schickt er das sozusagen in so eine kleine Runde, dann reden wir drüber, dann sind wir meist völlig unterschiedlicher Meinung, und dann macht er trotzdem das, was er für richtig hält. Alexander Scheer ist ja ein Meister der Anverwandlung, wenn man überlegt, er hat gerade noch Gundermann gespielt und ist jetzt Bernhard Docke und er ist ihm auch unglaublich ähnlich, wenn man das im Aschbann mit diesen Fotos vergleicht, ist er ihm wirklich so ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht. Nein, wenn du die heute auf einer Bühne sehen würdest, nebeneinander, würdest du nicht auf die Idee kommen, also mal abgesehen davon, dass Bernhard Docke jetzt natürlich älter ist, es ist ja auch ein historischer Film, aber ich glaube, bei irgendeiner Veranstaltung ist er dann auch als Bernhard Docke angesprochen worden, Alexander. Nein, es ist, er nimmt sich da unfassbar zurück, ein sehr, sehr kluger Schauspieler, ein sehr, also nicht nur verrückter, sondern akribisch fleißig arbeitender Schauspieler. Das ist so ein Bild von sich, was er nicht gern, glaube ich, in der Öffentlichkeit wissen möchte, dass er so arbeitet, dass er so, der hat alles gelesen, der taucht plötzlich bei Gerichtsverhandlungen von Bernhard Docke auf und setzt sich dann damit rein und hat, das ist vielleicht schon erzählt worden, aber ich erzähle es nochmal, er hat die Brille von Bernhard Docke haben wollen und Bernhard Docke hat eine relativ starke Brille, Alexander hat gute Augen, also er hat sich diese starke Brille geben lassen und hat sich extra Linsen anfertigen lassen, um die starke Brille auszugleichen damit, aber er wollte sozusagen mit Bernhard Dockes Augen sehen, also da ist dann auch natürlich die Spur Wahnsinn dabei und ich finde das ziemlich genial, was er hier macht, wie er Meltem immer wieder den Raum erarbeitet, also die Plattform erarbeitet, das muss man erstmal machen als Schauspieler, also als Erfolgsgewöhnter, als Rampensau, dem anderen sozusagen den Platz lassen, den Raum geben. Also ich war schon bei Gundermann ziemlich erstaunt, dass aus dem kleinen Schauspieler aus Sonnenallee plötzlich so ein kraftvoller Charakterdarsteller wird. Wie ist das denn entstanden eigentlich? Habt ihr, Andreas und du, habt ihr das zusammen überlegt? Wir machen jetzt einen Film über Murat oder Murats Familie oder wie oder hat er die Idee gehabt und hat dann gesagt, schreibt mir doch mal was. Wie ist das entstanden? Andi Dresen ist von Christian Granderath angesprochen worden, der heute NDR Redaktionsleiter ist, damals noch Produzent war und der hatte das Buch von Murat Konas gelesen und hat es an die Dresen gegeben und der war sofort irgendwie angefixt davon und wollte diesen Film machen über Murat und dann hat er mit einigen Drehbuchautoren angefangen, die Geschichte über Murat in Guantanamo zu entwickeln, ist damit aber nicht weitergekommen, das war nichts für ihn. Ich hatte davon gehört, dass er daran arbeitet und habe aber auch da nichts für mich reklamieren können, weil das hätte, das wäre auch mein Film nicht gewesen. Das ist dann das Projekt, das an Stefan Schaller gegangen ist? Also da bin ich jetzt überfragt, wie das, welche Wanderungen dort vollzogen wurden und wie das da hingekommen ist, aber de facto er hat es gemacht, ja. Und Andi Dresen hat aber im Zuge der Recherche mit Murat auch Murats Mutter kennengelernt und war irgendwie ganz verzaubert und das weiß ich noch, dass er dann sagte, nach einer dieser Begegnungen mit Rabi hier sagte, also das ist ja eigentlich überhaupt die Geschichte. Das ist ja, und da dachte ich, ja, stimmt, die würde ich auch schreiben, ja. Und dann hat es, glaube ich, noch mal ein, zwei Jahre gedauert, in denen ich nichts mehr hörte davon, was mit dem Projekt ist und mit diesen anderen Autoren, die da dran saßen. Und ich hatte dann selber ein Projekt, wo es um zwei Mütter ging, die ihre Kinder aus einer IS-Lage befreien wollten. Und da habe ich dann von Christian Grandrat wiederum die Antwort gekriegt, naja, kann er nicht machen, weil er hat ja diesen Morat Konas-Film noch und so. Und ich sage, ja, was ist denn nun damit, ne? Na ja, musst du Andi mal fragen. Und Andi wollte ich eigentlich nicht fragen, weil ich dachte, der hat mich ja auch nicht gefragt. Und dann habe ich es aber doch gemacht. Und dann sagte er, ja, nee, das ist eigentlich frei. Der letzte Auto hat gerade irgendwie Burnout. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mal, ne? So, ja. Hast du zu dem Zeitpunkt Fünf Jahre Leben schon gekannt? Oder diesen Kurzfilm von Fatih Akin, der in diesem Projekt Deutschland 09 lief? Oder es gibt im NDR auch eine Dokumentation, der Fall Murat Kunats und die Guantanamo-Falle. Ich weiß nicht, wie viele Filme es noch gibt. Das sind die drei, die mir aufgefallen sind. Einige, ja. Auch dann zurückliegende schon. Nee, also ich kannte einiges an dokumentarem Material, aber den Film habe ich bis heute nicht gesehen. Also zum einen, weil ich mich irgendwie davor ein bisschen gegruselt habe, weil ich hatte einfach Angst, davon beeinflusst zu werden, während des Schreibprozesses. Und dann ist irgendwie die Zeit jetzt drüber weggegangen. Ich muss mir den endlich mal angucken. Aber das Buch habe ich natürlich gelesen, ja. Was für eine Autorin bist du? Schreibst du sehr intensiv bis ins kleinste Detail, also den Kerzenleuchter auf der Anrichte? Oder hängst du stärker am Dialog und lässt das andere eher so einen Set-Designer machen? Naja, also ich bin schon akribisch, wenn es um inhaltliche Details geht. Also das, sagen wir mal, wie ist in Guantanamo, was auf welcher Basis in Guantanamo entschieden wurde, warum und wie George Bush diese Gesetze hat erlassen können und auf welche juristischen Hintertürchen er da gebaut hat, sozusagen, ja. Das will ich dann schon genau wissen, ja. Also das wollte ich so genau wissen, dass Bernhard Docke irgendwann gesagt hat, Mann, also du bist aber detailversessen, ja. Also das in dem Fall schon. Den Kerzenleuchter muss ich nicht unbedingt beschreiben. Da finde ich, also es sei denn, er spielt mit, also wie dieses Detail hier zum Beispiel, was im Rabi dann im Büro an die Lampe hängt, ja, das beschreibe ich dann schon, was das ist, ja. Diese Hamza, ne, also die vor bösem Blick schützen soll, ne. Aber da finde ich auch, dass es eine Arbeitsteilung gibt, dass die anderen auch kreativ sein wollen, dass ich da nicht alles vorgeben muss. Die Anklage an die deutschen Politiker, die mitverantwortlich dafür waren, dass es fünf Jahre waren, die ja in Guantanamo saß, namentlich Steinmeier, kommen eigentlich fast ungeschroren davon, bis auf den letzten Satz im Abspann. Warum? Also das war ein Prozess beim Schreiben. Ich habe, ich habe in der Recherche die, also neben dem ganzen juristischen Kram, auch die Untersuchungsausschüsse, die beiden Untersuchungsausschüsse studiert, also die Abschlussberichte, die es danach gab zum Fall Konatz, das war 2006 und 2007, meine ich. Das sind jeweils so um die tausend oder mehrere tausend Seiten. Und dann habe ich noch die Protokolle zu den Untersuchungsausschüssen. Die Untersuchungsausschüsse fassen ja nur zusammen, was es sozusagen an Gesprächen oder Vernehmungen gegeben hat. Und da hat es mir so oft die Schuhe ausgezogen, was deutsche Politiker dann gesagt haben. Ja, also hier gibt es einen Satz, das kann ich jetzt einfach mal zitieren, den Otto Schiele im Protokoll gesagt hat, befragt zu Murat Konatz, sagt er, ja, was will denn der, was wollte denn der in Pakistan mit dem Feldstecher, Allah suchen oder wie? Also den habe ich, das war so ein toller Satz, den musste ich einfach aufnehmen. Haben Sie vielleicht gehört oder schon wieder vergessen, aber wie auch immer, es gibt so ein paar Sätze aus diesen Protokollen und wer den Film gesehen hat und sich an sein eigenes Geschwafel von damals erinnert, dann wird das vielleicht wiedererkennen. Und aus dieser Lektüre entstand zunächst die Idee, dass ich das Geschehen hinter den Kulissen vielleicht als Parallelperspektive einführe. Und ich habe tatsächlich auch Szenen geschrieben dazu und das hat nicht funktioniert. Ich kann es nicht anders sagen, es hat der Mutter die Kraft genommen, also da so eine Buhmänner aufzubauen, mal abgesehen davon, dass man das nie gut erzählt kriegt. Also hätte ich schon, sagen wir mal, Steinmeier wirklich erzählen müssen, auch sagen wir mal vielleicht in einer möglichen Konfliktlage, in der er damals sicher auch war. Eine der Hauptaussagen dieses Films ist ja, dass das Persönliche immens politisch ist und nicht nur das Politische. Ich habe mich dann entschlossen, das tatsächlich bei der Perspektive der Mutter und Bernhard Dockes zu belassen, die ja zu dem Zeitpunkt, in dem sie um Murat kämpften, nichts, nichts, nichts von alledem wussten. Die eine Szene, die hier mit drin ist, in der er seinen Staatsanwaltkollegen fragt, wie kann denn das sein? Ja, wer ist denn daran schuld? Die ist komplett erfunden, das hat so nicht stattgefunden. Also, ich meine, vieles ist komplett erfunden, aber dieses Wissen, was er hier im Film hatte, das hatte er nicht wirklich. Das ist erst dann nachgekommen. Man denkt jetzt, so ein Drehbuch wird geschrieben, zugeklappt, abgegeben, verfilmt, fertig. Das ist nicht so. Das weiß ich auch aus den Fernseherfahrungen. Hier sind relativ viele Fernsehanstalten dabei, der NDR als Federführender, RBB, Bayerischer Rundfunk, Radio Bremen, Arte, Frankreich, Deutschland. Soweit ich das weiß, will jeder Fernsehredakteur seinen Fußabdruck hinterlassen. Wie viele Fassungen von dem Buch hast du geschrieben und gegen wie viele Fußabdrücke musstest du dich wehren? Nee, also ich sag mal, normalerweise, ich hab gar nicht, ich hab nicht so ein Pech mit Fernsehredakteuren. Ich kenne auch etliche, die richtig toll sind und die interessante oder auch zumindest bedenkenswerte Kommentare liefern und Ansichten haben zu den Büchern. Und hier war es jetzt auch eigentlich nicht so, also es war Christian Granderat natürlich, der eine Meinung hatte dazu, der ja auch den Anstoß gegeben hat, überhaupt zu dem Projekt, der ein kluger Kerl ist, warum soll ich mir das nicht anhören? und die Kuki Ziesche vom RBB, eine Freundin und sehr, sehr gute Dramaturgin. Also das war im Grunde alles, ja. Und Andreas Schreitmüller nicht zu vergessen, der immer gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum du jetzt nochmal überarbeiten willst. Also insofern, das war wirklich hilfreich und freundlich. Abgesehen davon habe ich sechs Fassungen geschrieben, das ist wenig. Nicht viel. Das ist nicht viel. Und es ist auch nicht schlimm mit diesen Fassungen. Es ist auch, ein Film braucht auch seine Zeit. Ich brauche auch den Abstand, ja. Ich habe gerade heute in der Herfahrt hier im Zug ein Buch gelesen, was ich vor einem Jahr geschrieben habe und habe gedacht, na Mensch, bloß gut, dass du noch ein Jahr Zeit hattest. Das kann man so gar nicht machen. Und es ist mir sofort eingefallen, was man machen müsste. Und ich habe über die Dialoge, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, den Kopf geschüttelt und gedacht, nee, komm, das musst du ganz anders machen. Und so, du brauchst den Abstand. Das gehört zur Arbeit dazu, sich immer wieder zu korrigieren und nochmal einen Neuanlauf zu nehmen. Andreas Dresen hat ja irgendwann spätestens mit halber Treppe angefangen, auf Drehbücher zu verzichten, hat anderthalb Seiten lange Treatments gehabt und hat viel auf Improvisationen gesetzt, hat Orte vorgegeben, aber nicht mal Handlungsstrukturen. Was hältst du von dieser Art Filme machen? Ich halte das mit den anderthalb Seiten für ein Gerücht. Das hat er selbst gesagt. Also bei Wolke 9 hatten wir, glaube ich, 30. Also bis jetzt waren keine ausgeschriebenen, aber auch Dialogansätze dabei. Und gut, ich meine, es ist eine komplett andere Arbeitsweise. Ich habe da nicht viel verloren als Autorin. Man kann sowas mal machen. Bei Wolke 9 war es eine interessante Arbeit. Und ich sage jetzt bewusst interessant, weil zufriedenstellend ist es für mich nicht, wenn ich sozusagen die Strukturarbeit mache, die das notwendige Übel ist für mich als Autorin und das Sahnehäubchen dann nicht genießen kann, dass ich nämlich das Drehbuch ausschreiben und die Dialoge schreiben darf. Also da entstehen tolle Filme. Das muss man auch üben. Das kommt nicht aus dem Handgelenk. Da ist eine immense Organisation im Hintergrund auch erforderlich, um die Räume für Improvisation zu schaffen. Aber als Drehbuchautorin habe ich da nicht viel verloren, glaube ich. Ich glaube, dass man da auch relativ schnell an seine Grenzen kommt mit dieser Art, denn auch Andreas Dresen ist irgendwann Whisky und Wodka oder Gundermann zu dem sehr stark ausgeschriebenen Drehbuch zurückgekehrt. Na ja, er macht es immer noch gerne. Ich finde das auch interessant, wenn es sich anbietet. Das hat er hier auch gemacht in den Szenen mit den Kindern, hat er die oftmals improvisieren lassen. Das finde ich auch ganz schön, wie er es gemacht hat und wie er diese locker gekriegt hat. Und das finde ich ganz gut, wenn es Szene Raum gibt zur Improvisation, das dann auszuprobieren. Und wenn man sozusagen ein Drehbuch als Gerüst hat, da bin ich auch nicht eingeschnappt, wenn da was Besseres bei Ihnen steht. Der Film ist mitten in der Pandemie entstanden. Hattest du das auch im Kopf, als du geschrieben hast, dass da gewisse Regeln beachtet werden müssen? War es überhaupt schwierig oder konnte man sagen, okay, wir sind jetzt alle getestet und wir drehen jetzt, wie wir ganz normal immer drehen? Also, dass eine Pandemie kommen würde, habe ich nicht vorausgesehen und habe das auch nicht ins Drehbuch schreiben können, wie man sich da verhält. Nein, es muss eine sehr schwierige Zeit gewesen sein beim Drehen. Ich war nicht dabei, weil es eben tatsächlich, ich bin normalerweise auch nicht permanent am Set dabei, ich komme vielleicht schon zwei, dreimal zum Besuch, habe ich diesmal auch nicht gemacht, weil es sich halt eben aus hygienetechnischen Gründen auch verboten hat. Es gab dann irgendwie so ausgeklügelte Systeme mit Inner Circle und größerem Kreis und wer wie wann zusammen sein darf und es fielen im Grunde auch alle Feiern weg und es war wie Drehen unter Quarantäne-Bedingungen. Das muss schwierig gewesen sein, ja. Stell es mir auch schwierig vor. Gibt es schon ein neues Projekt, was ihr zusammen machen wollt oder machst du jetzt erstmal wieder ein bisschen was alleine? Nee, wir haben, wir wollen im August drehen und ja, ich bin auch schon wieder in der vierten Drehbuchfassung damit und ich hoffe, dass es nur noch eine geben wird, nicht weil ich nicht arbeiten will, sondern weil das also eine extreme Herausforderung ist, da immer wieder neu zu schreiben. Es geht um Hilde Koppi, eine deutsche Widerstandskämpferin und das ist ein richtiges Herzensprojekt und die Hilde ist eine sehr, sehr anrührende Figur für mich geworden, aber es ist auch schwer zu schreiben und sich da immer wieder sozusagen in ihre Rolle reinzufinden, weil sie natürlich den Weg vieler Widerstandskämpfer gegangen ist. Gibt es da auch eine Humorebene? Naja, also es ist eine Liebesgeschichte, ja. Und die ist auch, da ist auch in der Annäherung der beiden, es ist auch Humor, aber der Film ist ernster tatsächlich, ja. Sind wir gespannt, ich zumindest. Sie können jetzt die Chance nutzen und wenn Sie Lust haben, Lala Stieler Fragen stellen zu dem Film, aber auch zu anderen Filmen. Genau, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Auch wenn das jetzt noch zusätzlich abschreckend sein sollte. Hallo. Ich hätte eine relativ handwerkliche Frage, die sich gar nicht jetzt auf die Inhalte bezieht, sondern auf die Produktionsweise. Sie haben gerade gesagt, dass Sie viele Szenen geschrieben haben, zum Beispiel auch in dem Film, die dann aber keine Verwendung gefunden haben, also die ganze Politschiene, Original-Ausschnitte. Passiert mit diesen Szenen irgendwann nochmal was anderes? Gibt es so eine Art Reservoir, dass aus denen nochmal irgendwas anderes wird oder ist das wirklich Teil der Überarbeitung und die verschwinden dann, weil sie in dem Film sozusagen nicht zum Zug kommen? Kommen die woanders nochmal zum Zug? Also geschriebene Szenen, die nicht gedreht sind, kommen nirgendwo zum Zug. Die sind einfach weg. Nicht in einem neuen Drehbuch oder irgendwie. Nein, das ist, wo sollte ich das unterbringen? Also das ist vielleicht ein Wissen, was ich jetzt habe, aber das ist so speziell und auf den Fall Kurnas eben bezogen. Also da ist, es gibt so Szenen, die schleppe ich von Drehbuch zu Drehbuch. Und ich habe zum Beispiel irgendwann mal eine Szene geschrieben über eine Figur, das ist vergleichsweise komplett albern, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, wo eine Frau sich zu Hause die Haare färbt und eine ganz blöde, also schwierige, schwere Mitteilung kriegt. Und dann als nächstes zur Beerdigung muss und dann hat sie diese entsetzliche Farbe in den Haaren, die sich natürlich irgendwie also nicht mehr rauswaschen ließ, nachdem das viel zu lange auf dem Kopf blieb. Also so eine Szene, die wahrscheinlich auch furchtbar albern ist oder so eine Sequenz schleppig von Drehbuch zu Drehbuch. Hab sie bisher nur irgendwo unter, vielleicht kommen sie irgendwann mal, sehen sie irgendwann mal, dann wissen sie, das ist die alberne Szene von damals, die jetzt endlich Verwendung gefunden hat. Erstmal ganz herzlichen Dank für alle Ihre Einsichten, die Sie seit dem Abend hier schon mitgeteilt haben. Sie haben vorhin sehr anrührend erzählt, wie viel Sie mit der Mutter an Zeit verbracht haben und dem Rechtsanwalt. Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, danach zu fragen, aber wie viel Zeit konnten Sie mit Murat selbst verbringen? Wie weit, er taucht ja quasi erst ganz am Ende auf und trotzdem ist er die gesamte Zeit präsent auf eine ungeheuer unglaubliche Art. Haben Sie ihn getroffen? Wie lief das ab, wenn Sie darüber berichten können? Also in meiner Geschichte mit Rabieh kommt Murat in etwa genauso vor, wie jetzt hier im Film. Er ist sozusagen die abwesende Hauptfigur. Ich habe ihn im Laufe der ganzen fünf Jahre, in denen ich immer wieder mit Rabieh Kontakt hatte, dreimal getroffen. Und das war auch relativ kurz. Das ist auch, weil er sehr scheu ist, aber auch, also für mich war er auch jetzt nicht die Hauptfigur. Es gab natürlich auch, genauso wie es Überlegungen gab, die Politiker-Ebene eventuell einzuführen, gab es auch, habe ich auch überlegt, ob nicht Murat hier vorkommen müsste. Und ich habe das auch wieder verworfen, habe gedacht, nee, komm, du bleibst bei der Mutter, das ist ihre Geschichte, das ist jetzt ihr Film, das ist ihr Denkmal. Das ist das Denkmal der Mutter, einer Mutter. Und so ist das entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, ich lege jetzt den, ich weiß, was mit dem Murat passiert ist, ja, in der Zeit, ja, ich blende das immer mal ein, weil er muss ja vorkommen, ja, auf irgendeine Art, ich habe ihn dann irgendwie so reingeschummelt in den Film, ja, also über die Fotos, über diese, ja, komplett erfundene Ebene mit der Videokamera, ne, und die Karaoke-Nummer und so alles Quatschen, das hat natürlich so nicht stattgefunden, aber ich meine, das sind so Sachen, da ist die, da nutzt du die Möglichkeiten, die du als Drehbuchautorin ja auch hast, ja, dann frei zu erfinden. und er war darum nicht traurig, also, also, oder beziehungsweise, er hat es, am Ende, er mochte den Film am Ende, genauso wie er ist, und, fand es, hat, hat zu uns gesagt, er, da seien viele Dinge drin, die er noch gar nicht gewusst habe, so, das fand ich auch ein schönes Kompliment, und dann hat er sich wieder rausgenommen, und hat sozusagen Rabieh den, die Bühne überlassen. Gibt es weitere Fragen, oder auch Kommentare zum Film, es ist ja immer noch sehr frisch, und Leila interessant, wie sie es fanden. Vielleicht blöd, aber eine Anschlussfrage zu den Kindern, ich fand es unglaublich beeindruckend, und kann mir das technisch nicht vorstellen, die werden älter, die werden fünf Jahre älter, und in dem Alter, die wachsen, er selber verwechselt die beiden Brüder dann, also, als er sie sieht, haben sie zu denen Kontakt gehabt, haben die eine aktive Rolle bei der Entwicklung gespielt, die sind ja quasi ständig dabei, und erleben das im Hintergrund, leiden erstaunlich wenig, muss ich ehrlich sagen, also, wenn ich mir vorstelle, mein älterer Bruder, wir sind vier Brüder zu Hause, der wäre fünf Jahre lang detained, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Na gut, die sind Kinder zu dem Zeitpunkt gewesen, ich glaube, Kinder sind wahnsinnig pragmatisch, also, das waren die beiden auch, und, und ja, also, hauptsächlich zu dem mittleren Sohn, der hier Jem heißt, ja, gab es sehr enge Kontakte, der hat uns viel, also auch Familientechnisches ermöglicht, ja, der hat sozusagen dann auch so die Verbindung gehalten zum Vater, der Vater ist so, ist eine schwierige Figur in der Familie, ja, so mit dem, dann habe ich wenig getroffen, ja, der hat also auch die Verbindung manchmal zu Murat hergestellt, und ist ja auch der, also im Hause dann der Stellvertreter von der Rabie gewesen, als, als sie nicht da war, ja, so, also, ich denke, die ganze Familie hat irgendwie mehr oder weniger auch so ein Trauma, dass sie jetzt erst abarbeiten muss, ja, also, das, darüber reden die nicht so sehr, ja, also, das ist sozusagen so, also, die haben ja auch, Rabie ist ja, das stand ja auch am Ende, ist sehr krank geworden nach Murats Rückkehr, dann musste die auch wieder geschont werden, ja, und, und es ist da, da, da ist so, das ist wie so ein Wunderpunkt, ja, und ich weiß nicht, ich hoffe, also, ich hatte auch den Eindruck, dass jetzt so Gespräche auch anfangen, dass er sich auch, also der, dieser hier Cem genannte Sohn sich jetzt auch traut, dann zu sagen, ja, es war schon schwer für mich in der Zeit, ja, er musste es ja klar, er musste natürlich dann sozusagen, also in einem, von einem Moment zum anderen erwachsen werden, ja, so, und beißt sich das natürlich auch so weg, weil er, weil er in der Pubertät ist, da ist man cool, ja, und man macht es irgendwie dann auch, wenn die Mama das sagt, aber, aber der hat, als wir den ersten, als wir den Film das erste Mal der Familie vorgeführt haben, in Bremen, da saß der neben mir, und dann waren fünf Minuten gelaufen, da ist der rausgegangen, habe ich gedacht, na super, der geht jetzt raus, trinkt eine Cola, das langweilte ihn, ja, so, und, und dann hat er danach, und das passierte noch mehrmals in der Kammer wieder zurück, dann saß er eine Weile, dann ging er wieder raus, ja, so, und dann hat er gesagt, er ist mal rausgegangen, er musste immer weinen, ja, und er wollte nicht, dass seine Mutter das mitkriegt, ja. Und der heißt gar nicht Cem? Nee, der heißt Ali, ich sag's, er heißt Ali, und er wollte aber nicht, er hat, am Anfang hat er gesagt, nee, er will da auf gar keinen Fall namentlich gelandt werden, in dem Film, weil, weil sie hätten schon so viele Probleme gehabt, ja, mit, mit Murat und mit dem, mit dem Namen Konas und, und auf Arbeit und dann reden die alle und das will er nicht und so, und er hat gesagt, naja, gut, dann such dir einen Namen aus, ja, so, und, und dann habe ich also kurz, bevor wir drehten, habe ich nochmal gefragt, wie ist denn, bleibst du da, blieb er dabei, ja, und dann haben wir am Ende gefragt, wollt ihr denn namentlich im Abspann jetzt unter besonderer Dank genannt werden? Ja, wollten sie dann, ja, so, ja, Mich würde interessieren, wenn wir schon mal mit dir so eine tolle Drehbuchautorin da haben, was würdest du denn sagen, was für Eigenschaften muss denn eine gute Drehbuchautorin mitbringen? Weil, es gibt ja doch viele, die auch, glaube ich, in dem Business ein bisschen verzweifeln. Geduld. Aber sicher nicht nur das. Ja, ist ein Langstreckenlauf, ja, so, das ist, ich habe das von Hause aus gelernt, mein Vater hat einen sehr langen Film gemacht und ist sehr, sehr geduldig gewesen, ich habe den immer wieder erlebt, wie er darum gekämpft hat. Gehen da von Gölz so? Ja, ja, das, diese Langzeitdokumentation weitermachen zu können und immer wieder, stieß er da an Grenzen, immer wieder hat sich dann doch eine andere Tür geöffnet und so, da habe ich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen mitgekriegt, ja, was, was sozusagen so die Tugend sein muss, ja, aber das, ja, man darf sich, man darf sich, man darf nicht verzweifeln an der Einsamkeit, ja, das kommt vielleicht auch noch dazu. Und oft wird, gleich die nächste Frage, oft wird kritisiert im deutschen Film, dass die Dialoge nicht gut genug sein, das wird ganz oft immer gesagt, was ist deine Herangehensweise an Dialoge, wenn jetzt hier ein Drehbuchautor und Drehbuchautor zuschaut? Gibt es da einen Tipp? Ach, da kann ich jetzt gar nicht viel, also ich versuche immer die, die, die Figuren, also jeder Figur eine Sprache zu geben, die gut zu ihr passt, ja, das passiert inzwischen schon fast automatisch, aber es ist heute ein schlechter Tag, dann nachzufragen, ich habe heute Vormittag diese schrecklichen Dialoge in meiner, in meinem letzten Drehbuch und bin gerade irgendwie so ein bisschen, also das ist nichts, was kein Automatismus, da muss man wirklich dran arbeiten, ja, und das ist eben auch eine Frage von Fassungen, dass man immer wieder sagt, oh nee, so geht ja gar nicht, ja, so, also weg damit, ja. Ich habe jetzt mal eine Frage zu der Geschichte, da in Inschalik, da habe ich mir, ich kenne jetzt diesen realen Fall nicht gut genug, aber ich habe mir dann hinterher gesagt, das kann doch überhaupt nicht stimmen, dass man da jetzt einen Murat verwechselt und dann irgendwie eine Familie nach Ost-Anatolien an einen Militärstützpunkt fliegt und der steigt dann aus diesem Militärkonvoi aus und man merkt, das ist eine ganz andere Person. Ist das jetzt ein dramatischer Effekt, der jetzt da reingeschrieben wurde oder ist das wirklich Realität gewesen? Also das Einzige, was daran nicht stimmt, ist, dass es Inschalik ist. Also das hat irgendwo in der Nähe von Istanbul stattgefunden in Wirklichkeit. Inschalik ist einfach dann eine Erfindung gewesen, weil ich dachte, ja, okay, muss irgendwie Militärflughafen sein, damit wir es überhaupt drehen können oder zumindest erzeugen können, ja, weil an einem richtigen Flughafen kannst du ja nicht drehen. Das war wohl im realen Geschehen nicht so, aber der Rest ist nicht erfunden. Der ist irgendwie, also, ja, ist absurd. Es ist, es weiß auch niemand, es ist auch nie so richtig aufgeklärt worden, wie das zustande gekommen ist, aber das, also das Einzige, die einzige Mutmaßung darüber, wie ist eben diese Namensverwechslung, dass es eben Murat, ja, Murat, Murat gab, ja. Im Übrigen mussten die sich selber die Tickets kaufen, um da hin zu fliegen, nicht? Also das ist, ja. Bei der Premiere in Berlin war Claudia Roth dann als Kulturstaatssekretärin dabei. Gab es da eine Reaktion, weil sie ja dann auch noch Teil dieser Rot-Grünen, also zumindest weiteren Feld damals war, dieser Regierung? Ja, also sie und Konstantin von Notz waren dabei und, und die sind, die haben tatsächlich, also Rabia hat sie dann, sie wollte Rabia dann gern kennenlernen, dann haben die, und dann hat, dann hat die Familie Konerts hat dann entschieden, dass sie doch bitte mitkommen soll zu unserer Premierenfeier, hat sie dann auch gemacht, ja, und, und hat sich da auch wohlgefühlt. Es hat ihr leid getan, ja, glaube ich, dass, was da passiert ist, aber sie selber ist ja da auch nicht schuldig dran und hat dann auch natürlich jetzt dafür keine Verantwortung übernehmen können, ja, es gab nochmal eine Voraufführung dann in Berlin vor der Premiere mit einer Diskussionsrunde mit Bernhard Docke und Konstantin von Notz, immerhin, ich finde es toll, ja, dass der sich da, äh, dass der sich da hinsetzt und Rede und Antwort steht und zwar klar, dass er irgendwie Kritik abfangen wird, hat er auch, ja, so, und hat aber was ähnliches gesagt, aber er hat sich immerhin gestellt, ja, so, ähm, und, ja, das ist schon eine ganze Menge. Ich fand's auch spannend, also wir hatten's auch vorhin, äh, als wir draußen waren, davon, dass, äh, Curveball als Film ja auch, äh, vor kurzem entstanden ist, weiß nicht, wer es gesehen hat, und auch da war dann quasi der Tenor, äh, Steinmeier war derjenige, der eben diesen falschen Agenten, äh, äh, geschützt hat und dadurch ist dann quasi der Irakkrieg mit entstanden, also was, äh, jetzt sehr verkürzt ist, ähm, aber das ist schon irgendwie krass, ist das jetzt so eine, so eine Häufung, also kommt da noch mehr oder, was erwartet uns, er ist immerhin unser Präsident? Also mir ist jetzt, äh, auf dem Weg nichts begegnet, aber ich meine, dass, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass er da ein Einzelfall ist, ja, dass, äh, das, äh, solche Geschichten entstehen allen Halben, ja, so, es muss sich halt nur irgendjemand drum kümmern und die, und die irgendwie ans Licht zerren, nicht, dann, ähm, also, ich, äh, ich weiß es nicht, ich, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht, ähm, äh, ich stehe jetzt auch nicht mit einem Prügel da oder zeige immer mit ausgestreckten Zeigefinger auf, äh, auf Politiker, die Fehler machen, sie sind das, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler, äh, in so einer Lage hätte ich auch nicht gewesen sein wollen, wie er, ja, und solche Entscheidungen treffen, ja, wo man nicht weiß, ob das richtig oder falsch ist, ja, was macht man jetzt, ja, mit so einer, ähm, mit so einer Figur wie Murat Konatz, wie, wie geht man damit um, ja, so, ähm, äh, also verantwortlich für, äh, nicht nur ein Schicksal, sondern viele Schicksale, ja, so, ähm, äh, keine Ahnung, ja, er hat sich da falsch entschieden, das, ähm, ich, ich finde, ja, das, das muss man Politikern zugestehen, dass auch sie Fehler machen und falsche Entscheidungen treffen, ähm, aber, ja, also, ich meine, natürlich gehört das Einräumen von Fehlern jetzt dann auch dazu, finde ich. Ich hab noch, ich will mich nicht vordrängen, aber, ähm, eine Spaßfrage, eine ernste Frage, die Spaßfrage wäre, wird es ein Hollywood-Remake geben? Ganz sicher nicht, die verstehen den Humor gar nicht. Das andere wäre, nochmal zu dem Kurzfilm, möchten Sie was sagen, wie, wie sind die Filme damals entstanden, im Sinne von Finanzierungsrunden, gibt es Produzenten oder war das alles im Rahmen der Hochschule? Hochschule, Hochschule, das ist, ähm, das, äh, es gab Budgets für, äh, äh, und, und, also Budgets in, äh, kaum monetärer Form, das waren, dann, das gab Filmmaterial im Grunde, ne, so, fertig, ja. Ja, wir sind im Grunde schon fast am Ende. Ich hab, äh, dadurch, dass diese Reihe eine Frage im Titel hat, äh, die freudige Tradition jetzt auch an dich, diese Frage zu stellen, nämlich, was tut sich im deutschen Film? Äh, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was du da sagst, weil du machst ja sehr, sehr viel, du bist, du hast jetzt auch zuletzt eine Serie zum ersten Mal gemacht, ähm, bist im Kino unterwegs, hast mit vielen Regisseuren gedreht, produzierst auch selber. Ja, wie würdest du es einschätzen, das deutsche Kino geschehen, was tut sich? Ja, das, äh, da bin ich im Moment, ähm, also ein bisschen überfragt, ich, äh, also ich kann nur sagen, ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass sich noch, äh, viel tut, dass wir diese, ähm, diese Vielfalt behalten werden, also dass auch diese Vielfalt, die so ein Kino hier birgt, ja, so, also so ein Kino, so ein besonderes Kino hier auch, ja, ähm, dass wir unsere Zuschauer behalten. Ich meine, das ist das, was, also, was ich hoffe, was sich, was sich, äh, tun wird, ja. Was ich tun muss, könnte ich vielleicht sagen, wir müssen, müssen, müssen mit unseren Themen junge Zuschauer ins Kino bringen. Also, das ist, äh, wir müssen uns da was einfallen lassen. Das, äh, das ist unsere Zukunft. Das ist leichtfertig, wenn wir das jetzt verspielen, ja. Also, ich kann nur sagen, an dieser Stelle, ich könnte noch ewig euch zuhören bei diesem wunderbaren Gespräch. Sagen Sie unbedingt weiter, der Film wird auch noch im Sommer ausgewertet werden, sicher auf vielen Open Airs. Am Freitag drücken wir dir von Herzen die Daumen, denn da gibt's die Chance auf eine neue Lola, ja, das beste Drehbuch am Deutschen Filmpreis, wird auch dann zeitversetzt übertragen, falls Sie zuschauen möchten. Und, ja, bevor ich mich bedanke, noch der Hinweis, die nächste Veranstaltung dieser Reihe ist am 10. Juli und da wird der Film Everything Will Change hier gezeigt, bei den Anwesenheit von Regisseur Martin Persil und das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz, den er wählt, denn er spielt in der Zukunft, wo das Artensterben schon massiv eingesetzt hat. Und da sind ein paar junge Menschen, die dann sich fragen, ist eine Giraffe eigentlich ein Fake, weil sie ein Bild davon gesehen haben und dann entdecken sie, okay, die Zeit, in der sie was verändern können, die Vergangenheit, das sind die 20er, genau jetzt, wo wir sind. Ein super spannender Ansatz mit ganz vielen führenden Wissenschaftlern, die da dabei waren. Also ich kann Ihnen das sehr ans Herz legen, ganz neues Genre, Science meets Fiction nennen die das. Also 10. Juli, merken Sie es sich vor, lohnt sich sehr. Und jetzt aber nochmal bitte, es war ein so wundervoller Abend. Großen Applaus, Laila Stieler, vielen Dank. Und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch geführt hat, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal.